Ich gib sympathisch! All night long! Hallo, wir sind hier in der wunderschönen Altstadt von Prag, wir machen jetzt die Sundermans Free Travel Tour, da kann man quasi frei eine Tour machen die nichts kostet, außer Also eine kleine Spende, vielleicht je nachdem, wie es einem gefällt. Man lernt hier ziemlich viel über die Altstadt oder auch allgemein Prag kennen. Man sieht viel, man erfährt Sachen, die man sonst eigentlich nicht weiß. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den Baumkuchen, auf den Prager Schinken und was es sonst alles noch zu bieten gibt. Ja, mal schauen, was der Tag noch so bringt. Bis bald, tschüss! 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 another day holiday holiday Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020